Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Horoskop Liebe und Leben im Juni 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Ihr habt sehr charmante Sterne im Juni. Viele nette Begegnungen sind möglich und ab Mitte des Monats warten jede Menge Partys und Einladungen auf euch. Ihr seid beliebt und sorgt für gute Stimmung. Falls ihr ein ganz persönliches Anliegen habt, bin ich gern mit einer Beratung für euch da. Ihr findet mich über meine Homepage oder mein Kundentelefon und die Infos dazu verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. In meiner Verlosung gibt es diesmal eine Uranusberatung zu gewinnen. Dabei geht es darum, was dieser rebellische Planet im persönlichen Horoskop für Veränderungen und Umwälzungen mit sich bringt. Ihr könnt euch dazu auch mein Special anschauen, Wind des Wandels. Da gibt es auch wieder ein Beratungsgeschenk für euch. Und wie ihr an dieser Verlosung teilnehmt, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Also bleibt dran. Und jetzt schauen wir in eure Sterne für den Juni. Euren Erlebnishintergrund mit den langfristigen Tendenzen und welche Geburtstagskinder besonders wichtige Aspekte empfangen, diese Informationen findet ihr in meinem ausführlichen Jahreshoroskop. Und das gibt es als Video und auch als Buch zum Nachlesen. Das erste Juni-Wochenende ist besonders romantisch für alle festliierten Schützen. Ihr solltet euch auf jeden Fall Zeit für die Liebe nehmen und wenn ihr Kinder oder Familienmitglieder habt, die euch brauchen, dann verbringt ruhig Zeit mit ihnen. Es wird sehr harmonisch verlaufen. Es ist gut, wenn ihr einen innigen Kontakt zum Partner aufbaut, denn in der Woche darauf gibt es so etwa bis zum 9. Juni ein paar stressige Aspekte und dabei könnte es ums Geld gehen. Wenn ihr dann im liebevollen Kontakt seid, lassen sich Auseinandersetzungen darum wahrscheinlich vermeiden. Wenn die Stimmung schlecht ist, könnte sich am Geld ein Streit entzünden. Am 13. Juni findet der Vollmond im Zeichen Zwillinge statt und zwar in eurem Sonnenhaus der Partnerschaft und der Begegnung. Das ist ein starker Impuls, um neue Leute kennenzulernen und wenn ihr noch Single seid, um euch neu zu verlieben. Leider neigen wir diesen Monat dazu, gerade die Leute spannend zu finden, die eigentlich nicht so recht zu uns passen. Das könnte euch auch passieren. Trotzdem ist der Flirt erstmal prickelnd und ihr solltet es genießen. Für die Neumond-Meditation könnt ihr ja darüber nachdenken, was ihr euch für eure Begegnungen wünscht und wenn ihr schon in einer Beziehung seid, welche neuen Impulse ihr eurer Beziehung geben wollt. Am gleichen Tag wechselt auch die Venus das Zeichen. Sie geht dann in den Löwen und bildet dort bis zum 9. Juli einen besonders schönen Aspekt zur Schützesonne. Reiselustige Schützen können eine Urlaubsliebe finden und ihr habt ganz allgemein Freude an kulturellen Events und sogar eine berufliche Fortbildung kann für euch prickelnde neue Kontakte bringen. Auch der Merkur wechselt zu Neumond das Zeichen. Er geht dann in den Krebs und das bedeutet, viele Menschen sind besonders empfindlich und nehmen sogar Scherze, eventuell persönlich. Ihr müsst dann ein bisschen aufpassen, was ihr sagt, wenn es sich um emotionale Themen handelt oder schwierige Themen einfach ganz vermeiden. Wir haben am 15. und 16. ein sehr schönes Partywochenende, wo sich bei euch bestimmt auch eine Gelegenheit zum Feiern und Spaß haben ergibt. Ob nun zusammen mit eurem Schatz oder als Single, ihr solltet auf jeden Fall losziehen. Probleme wälzen kann man ein andermal. Wenn ihr aber in einer festen Beziehung seid, solltet ihr eurem Partner keinen Anlass zur Eifersucht geben, denn dann lassen sich Problemgespräche nicht vermeiden und die können eskalieren, wenn ihr nicht aufpasst. Davon abgesehen sind die Konstellationen für euch wirklich super prickelnd, denn die Liebesplaneten Venus und Mars bauen eine sehr aufregende Spannung zueinander auf. Und das ist so ein bisschen wie ein himmlischer Tango, den die da tanzen. Voller Leidenschaft und nicht ganz ungefährlich, aber eben sehr prickelnd. Und das ist die gute Nachricht, beide stehen super zur Schützesonne. Deswegen gehört ihr zu den Gewinnern diesen Monat, der für andere manchen Herzschmerz mit sich bringen kann. Oder seid ihr etwa diejenigen, die einem armen Krebs oder Steinbock oder Löwen den Kopf verdrehen und damit Liebesverwicklungen auslösen? Achtet einfach darauf, in welcher Situation euer Flirtpartner ist und versucht nicht, jemanden zu verführen, der vielleicht schon in einer Beziehung ist oder sich überhaupt in einer schwierigen Situation befindet. Wenn ihr damit respektvoll umgeht, könnt ihr wirklich sehr schöne freundschaftliche und auch erotische Begegnungen erleben. Einfach ganz viel Spaß haben. Am 21. Juni ist Sommer Sonnenwende. Da geht die Sonne mittags um 12.07 Uhr in den Krebs. Die Sonne aktiviert dann für die kommenden vier Wochen euer achtes Sonnenhaus. Das ist da im Horoskop, wo ihr euch tiefer einlasst und wo auch eure feste Beziehung zu finden ist. Das kann eine sehr schöne Zeit werden, um mit dem Schatz intensive Erotik zu erleben und Nähe aufzubauen. Wenn es allerdings zwischen euch Eifersuchtsprobleme gibt oder ihr eine Geldangelegenheit nicht geregelt habt, können solche Sachen dann zur Wiedervorlage kommen. Besonders rund um den Vollmond am 28. Juni. Der kann euch ein ganz schön schlechtes Gewissen bringen und birgt auch wieder die Gefahr von Problemgesprächen. Kommen wir aber nochmal zurück zur Sommersonnenwende am 21. Denn die läutet einen super heißen Liebessommer ein und für die kommenden drei Monate wird es bei vielen Menschen in der Liebe hoch hergehen. Für euch stehen diese Konstellationen erstmal günstig und ihr seid sehr verführerisch und das noch bis zum 9. Juli. Aber nochmal, ihr habt eine große Verantwortung gegenüber denjenigen, die ihr mit eurem Charme bezirzt, dass ihr damit kein Liebesdesaster auslöst. Denn die Sterne werden für einige Irrungen und Wirrungen sorgen, wenn nicht bei euch selber, dann doch bei anderen und es kann ja sein, dass ihr daran beteiligt seid. Aber wenn es gut läuft und ihr frei seid, könnt ihr euch ganz wunderbar neu verlieben. Am 27. Juni beginnt dann die Rückläufigkeit von Mars, der aber zum Glück im günstigen Aspekt zur Schützesonne steht. Er befindet sich in eurem dritten Sonnenhaus der Kommunikation, deswegen könntet ihr insofern betroffen sein, als ihr vielleicht mit Missverständnissen zu tun bekommt. Das ist dann so ein bisschen wie beim rückläufigen Merkur, nur hat es eher mit dem Schwung und der Begeisterung der Leute zu tun. Es kann gut sein, dass euch entweder Bekannte oder auch Teamkollegen auf einmal hängen lassen, übrigens auch eure Geschwister, das ist auch der Bereich der Geschwister, dass die dann aussteigen und keine Lust mehr haben, obwohl sie anfangs so begeistert waren. Aber da ist dann noch nicht das letzte Wort gesprochen. Der Mars wird Ende August wieder direktläufig und im September kommen dann viele Dinge wieder in Gang oder Missverständnisse lassen sich aufklären. Ich denke aber, ihr werdet damit ganz gut fertig, denn Schützegeborene können sich recht leicht an Umstände anpassen und hängen einer Sache oft nicht nach. Da kann es euch eher passieren, dass ihr eine Angelegenheit mit einem Schulterzucken schon aufgegeben habt und dann stellt sich aber im September raus, dass die betreffenden Leute doch daran interessiert sind, mit euch noch weiterzumachen. Wenn es also was Wichtiges ist, legt es zur Seite, aber lasst es nicht gleich ganz fallen, die Sache könnte wieder in Gang kommen und das kann auch einen Flirt betreffen. Am 29. Juni geht der Merkur ins Zeichen Löwe in einen sehr vorteilhaften Aspekt zu euch. Das regt euch an, Pläne zu machen und ist bis zum 23. Juli eine super Konstellation, um zu verreisen. Das waren eure Konstellationen im Juni. Wenn ihr mehr über euer persönliches Horoskop wissen wollt, zum Beispiel, wie sich eine Liebes- oder Finanzsituation entwickelt, dann könnt ihr euch gern für eine Beratung an mich wenden. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 29. Juni um 17 Uhr. Da könnt ihr mir eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Das könnt ihr zum Beispiel nutzen, um zu erfahren, wo der Wind des Wandels mit Uranus jetzt durch euer Leben weht. In meiner Verlosung gibt es diesmal eine Uranus-Beratung zu gewinnen. Darin erfahrt ihr, welche aufregenden Veränderungen mit Uranus für euer Leben anstehen. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten, konstruktiven Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos teilt, sodass sich auch eure Freunde über die Botschaft der Sterne informieren können. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch auch unbedingt mein Special über Uranus an, Wind des Wandels. Und, falls ihr sie noch nicht gesehen habt, empfehle ich euch meine Videos über Chiron im Widder und Saturn im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.